Willkommen zurück Leute, wir sind hier im Bedrängnis. Ich muss es ganz schnell machen, denn sonst sind wir down. Hier, ältester Hardin hat eine Waffe, die will ich unbedingt haben. Yes! Und ich glaube, wir bekommen sie jetzt. Hä? Nö. Ah, hier, Gaussgewehr. Gaussgewehr. Oh, Schaden 84. Yeah. Hohohoho. Das ist eine Waffe. Noch ein Gaussgewehr. Ich werde wahnsinnig, das können wir gleich reparieren. Ach, du liebes Bisschen. Gut, die Rüstung haben wir eigentlich. Ich meine, zum Reparieren... Elektronenakku. Instant Purdy. Okay. Okay. Oh, oh ja. Das Gaussgewehr hat was drauf. Das Gaussgewehr hat eindeutig was drauf. So, jetzt sind wir hier beim Ältesten. Jetzt bin ich der Älteste hier. Ich bin der Älteste, Leute. Wer so eine Waffe hat, der muss einfach Ältester sein. So, da ist ja dieser Superhammer. Nehmen wir uns mit. Okay. Jetzt werden wir dann in die Waffenkammer rüber gehen. Ähm, wenn wir hier rauskommen. Aber Veronika läuft mit uns mit. Bleibt sie hier? Bei uns? Das wäre doch ein Hammer, oder? Was hat eigentlich Boone für eine Waffe? Boone? Hier. Soll mir recht sein. Äh. Ja, Präzisionsgewehr. Kann man lassen. Okay. Ah, wer wird denn da zur Waffe greifen? Oh, oh. Die muss jedes Mal nicht mehr repetiert werden. Dieses Ding hier werden wir auch ausschalten. Ah, das ist schon sehr langsam, das Gaussgewehr. Oh. Weg hier. Ich brauche unbedingt ein Stimpack. Und ein anderes Gewehr. Die Buschbüchse. So. Jetzt werden wir mal Psycho nehmen. Und ein Stimpack. Gleich ein paar. So. Ey, das überleben wir nicht. Gehen wir aufs Klo. Na, komm doch. Ah, wie da wird denn da? Oh. Oh Gott. Das sind viele. Oh. Schluck das. Bitte helft mir, muss ich meine Verbündeten. Veronica. Gut. Verknüppelter Kopf. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Na komm. Na komm. Ah, ich schieße gegen die Wand. Puh. Das war knapp. Jetzt brauche ich Stimpacks. Jetzt brauche ich gleich Stimpacks. Atom-Cocktail. Oh. Oh. Der bringt aber ganz schön viel hier. Wie viel Schaden macht denn der? Das Lasergewehr. Gibt es da noch einen, der sowas hat? 15,7 mal 3. Ich müsste jetzt mal schauen. Da gibt es so viele Laserwaffen, die könnten wir eigentlich alle reparieren. Das Gaussgewehr auf jeden Fall. Äh. Nicht ausrüsten. So. Tristrahllasergewehr. Können wir da eins mitnehmen? So. Risten wir das mal aus. Wenn vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Hier geht es nicht weiter. Oh. Alle bewusstlos. Sollte ich lieber warten, bis sie wieder aufstehen, oder? Und Boone. Bitte. Bitte hilf mir. Medics. Jawohl. Oh oh. Komm. Gut, ich sollte mich heilen. So. Was könnte ich denn alles nehmen? Hier. Psycho nochmal. Mal. Okay. Oh. Oh. Ah, das trifft mich sogar. Irgendeine Schnellfeuerwaffe. Tesla-Kanone? Nö, das ist so ein Ding. Multiplausem-Gewehr. Ja, ist auch nur Einzelschuss. Ich bräuchte etwas mit viel Schuss. Habe ich aber eigentlich nicht. Habe ich tatsächlich nicht. Hm. Joa. 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 Na gut. Dann nehmen wir die Buschbüchse wieder. Oh Mann. Da kommen wir nicht vorbei. Wie schalten wir dieses Ding aus? Untenherum? Untenherum. Ja. Gar nicht so blöd. Oh. Oh oh. Da ist jemand böse. Oh Gott. Das überleben wir nicht. Letztes Ding-Pack. Oh Mann. Back here. Ich überlebe sie nicht. Wir sind so gut wie tot, Leute. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Ja, das war's. Das war's. Oh Mann. Das wird noch heftig werden. Jetzt müssen wir echt schauen, dass wir... So. Jetzt werden wir das mal reparieren. Fat Man. Haben wir nichts. Ähm. Tesla Kanone. Können wir nehmen, oder? Oh. 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 Ach. Kannst du ja auch vergessen. Ich brauche mir die Buschbüchse. Einzig wahre Waffe. Das gibt's nicht. Oh Mann. Das ist doch zum Heulen hier. Was habe ich mir hier angefangen? Komm. Oh Mann. Oh Mann. Komm. Ja, ich will dir helfen. Und schnell weg. Ei, 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 ei. Oh. Das wird knapp. Oh mein Gott. Oh, der war heftig. Der war heftig da angenehm. Oh. Komm. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott. Dritter Versuch. Alle guten Dinge sind drei. Jetzt gleich auf die Buschbüchse wechseln. Wir müssen das echt so schnell wie möglich machen. Je mehr wir uns Zeit lassen. Warum greift Boone mit einem Messer an? Warum macht er das? Ah, ah, ein Strich. Oh Gott, geh weg. Geh weg. Jetzt schlag ich zu. Danke Rex. Danke Rex. Oh mein Gott. Rex, yeah. Oh mein Gott. Ja, da muss man wirklich durchschnaufen. Oh, es geht weiter. So. Komm nur. Komm nur, komm nur, komm nur. Ich bin da. Ja. Ich bin auch da. Dann nehme ich gleich mal ein Stimpack. Rebound. Psycho. Medics. Sehr gut. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum Boone mit einem Messer angreift. Oh, das darf nicht passieren. So, Tristrahl-Lasergewehr. Der RCW-Laser. Das Tri-Strahl-Gewähr nehmen wir. Oh Gott, so schnell wie möglich alles aufsammeln. Und reparieren. So. Boone. Bitte. Werde munter. Momentan läuft's. Jetzt sollten wir speichern. Oh. Oh. Jetzt schlag ich zu. Ja. Wo? Wo bist du denn? Ha. Jawoll. Tristrahl-Lasergewehr. Rebound haben wir wieder eins. Na bitte. komm boon werde munter veronika rex lasst mich nicht allein wie soll ich das denn schaffen gucken wir mal hier in die unterkünfte vielleicht können wir hier mal uns ein wenig ausruhen können wir natürlich nicht mann bitte rex ich will einfach nur vielleicht kann man da was machen bei dem terminal das cover okay denn wenn wir knacken vielleicht können wir da irgendwie diese roboter ausschalten ich glaube es zwar nicht aber ein versuch ist es wert compound oh man es klappt gar nichts faithful jawohl das war jetzt wirklich nur glück journal einträge brauche ich doch nichts so boon boon bitte werdet wieder kommt wieder zu bewusst sein ich brauche euch sollte ich eine splittergranate oder so nehmen vielleicht vielleicht hilft das könnte ich testen zuerst mal ein steam pack oder noch eins noch eins noch eins okay go 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 Ja, das wird nichts. Das wird nichts. Dreimal tot. Oder viermal tot. Bin mir nicht sicher. Oh, da haben wir ja noch den Typen. Ah, ich treffe nicht. So. Ei, ei, ei. Immer allerletzte Eisenbahn hier. Okay, Leute. Ich muss mich wahrscheinlich alleine durchschlagen. Es hilft nichts und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Okay.